Also und los! Was geht ab? Wir sind Chaplin Records, Two of MC, Kazin Wir drehen am Atlas Ohne Grund! Wir sind hier gerade in Kornwestheim, eine riesen Hip-Hop Jam, richtig geil! Graffiti, Breakdancer und ein Haufen Haufen Acts Wir wollten erstmal nur die Leute grüßen von PopCollege TV Gruß von Chaplin Records, Two of MC und Kazin Macht's gut und schaut euch alle Videos ein und alles was es gibt Braa!